Leute, genau jetzt gerade in diesem Moment ist etwas sehr sehr Spannendes im Bitcoin Chart passiert und ihr stellt euch sicherlich die Frage, was ist jetzt gerade mit Bitcoin los? Werden wir weiter mit dem Preis runterrutschen oder ist es das jetzt erstmal gewesen und wir können davon ausgehen, dass der Preis jetzt sehr bald wieder nach oben gehen wird? Hier an dieser Stelle haben wir jetzt gerade eine spannende Entwicklung, über die ich in diesem Video ganz genau und detailliert sprechen möchte. Und nicht nur an dieser Stelle, sondern wenn wir diesen Bereich hier als ein Ganzes insgesamt betrachten, können wir auch daraus eine spannende Information herausfiltern. Und in diesem Video möchte ich euch gerne mitteilen, was ich denn glaube, wo der Preis jetzt hingehen wird in den nächsten Stunden und insbesondere in den nächsten Tagen etwas langfristiger gesehen. Deshalb schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende und sehr aufmerksam an, denn ich werde darüber hinaus noch eine weitere Information hier euch mitteilen, was ich denn jetzt glaube, wo der nächste Trade lauert. Jetzt vor einigen Minuten ist hier etwas im Bitcoin Chart passiert, worüber ich am Anfang des Videos sprechen möchte. Und zwar hier an dieser Stelle können wir eine spannende Entwicklung erkennen und wir können hier auch perfekt erkennen, dass wir bereits unter diese Neckline hier an dieser Stelle drunter gerutscht sind. Wenn wir uns einmal schnell das Preisziel hier aus diesem M-Pattern anschauen, können wir erkennen, dass unser Preisziel im schlimmsten Fall bei in etwa 46.600 Dollar liegen würde und somit würde das bedeuten, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben in Richtung nach unten. Aber ich hatte ja schon am Anfang des Videos gesagt, wenn man sich nicht nur diesen Bereich hier anschaut, sondern dieses als ein Ganzes sieht, dann kann man hier auch noch eine spannende Information erkennen. Und zwar haben wir hier ebenfalls ein M-Pattern an dieser Stelle gehabt. Wir sind ebenfalls hier nach unten hin ausgebrochen, allerdings hat sich nach einer kurzen Zeit herausgestellt, dass das Ganze mehr oder weniger ein Fake-Out war und wir sind erneut mit dem Preis nach oben gegangen. Und kurz danach hat sich dann hier das gegenteilige Pattern und zwar ein W-Pattern, welches ja Bullishes entwickelt und auch hier sind wir über diese Neckline drüber ausgebrochen. Ich hatte ja über dieses Pattern gestern ebenfalls in meinem Video gesprochen und über meine verschiedenen Social Media Kanäle informiert und wie gesagt, hier sind wir ebenfalls ausgebrochen nach einer kurzen Zeit erneut unter diese Neckline hier an dieser Stelle gerutscht. Und ich glaube, dass wir ein ähnliches Szenario ebenfalls hier bei diesem aktuellen M-Pattern in den nächsten Stunden erleben könnten. Das heißt, wir sind ja hier nach unten hin ausgebrochen, allerdings glaube ich, dass es möglich sein könnte, dass wir hier sehr bald wieder über diese Neckline drüber steigen und dann der Preis erneut nach oben geht. Es wirkt ein bisschen so, als wenn Bitcoin mit uns spielen wollen würde. Ein M-Pattern, wir brechen nach unten aus, aber nach kurzer Zeit wieder über die Neckline. W-Pattern, wir brechen nach oben aus, aber nach einer kurzen Zeit wieder nach unten. Und jetzt ein M-Pattern, wo wir erneut das gleiche erwarten können. Das heißt, unter die Neckline ausgebrochen, aber sehr bald wieder hier über die Neckline. Aktuell kann man das eigentlich nur hoffen, denn wenn wir hier weiter mit dem Preis runtergehen sollten, wäre unser Preisziel, wie gesagt, dann bei in etwa 46.600 Dollar, was wir uns natürlich sparen wollen. Allerdings haben wir nicht nur ein M-Pattern, sondern wir haben hier ebenfalls ein Ascending Triangle in unserem 1-Stunden-Chart, welches wir hier an dieser Stelle erkennen können. Wir können hier ebenfalls die Kontaktpunkte vom Support hier an diesen Stellen und ebenfalls unsere Kontaktpunkte hier vom Widerstand gut erkennen. Wir können ebenfalls erkennen, dass wir es bis jetzt nicht geschafft haben, hier über diesem Widerstand diese weiße Linie drüber auszubrechen. Und ebenfalls ist es nicht passiert, dass wir hier unter dieser Support-Linie an dieser Stelle gerutscht sind. Jetzt in diesem Moment ist es sehr, sehr wichtig für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin, dass wir hier diesen Support weiterhin an dieser Stelle gerade halten können. Wenn wir hier aus diesem bullischen Ascending Triangle nach oben hin ausbrechen sollten, möchte ich euch natürlich auch nochmal mein Preisziel hier an dieser Stelle zeigen. Und zwar hätten wir wirklich ein fantastisches Preisziel hier an dieser Stelle, welches dann bei 56.600 Dollar liegen würde. Allerdings funktioniert das Ganze auch andersherum. Wenn wir hier an dieser Stelle nach unten hin ausbrechen sollten, wäre dann unser bärisches Preisziel hier aus diesem Ascending Triangle bei in etwa 43.200 Dollar. Und wenn wir hier noch einen Schritt weiter gehen, können wir hier darüber hinaus noch ein Pattern erkennen, welches zwar noch nicht so weit ist, als dass es jetzt in den nächsten Minuten ausbrechen könnte. Aber trotz dessen möchte ich gerne über dieses sich noch bildende Pattern hier an dieser Stelle sprechen. Dazu möchte ich einmal in den 4-Stunden-Chart gehen. Wenn wir uns hier einmal diese Stelle anschauen, können wir erkennen, dass wir bereits mehr als die Hälfte von einem W-Pattern hier an dieser Stelle gebildet haben. Was uns jetzt noch fehlt, ist hier der letzte Teil von diesem W-Pattern. Ich möchte nicht sagen, dass es unbedingt passieren muss. Allerdings, wenn es passieren sollte, bin ich der Erste, der darüber gesprochen hat. Aber im Endeffekt, egal ob wir jetzt hier aus diesem W-Pattern, welches möglicherweise sich noch bilden wird, nach oben ausbrechen oder aus diesem Ascending Triangle nach oben ausbrechen, an dem Preisziel verändert sich dabei nichts. Und Leute, den nächsten Ausbruch könnt ihr komplett kostenlos traden. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist hier diesen Link unten in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich Bybit. Im zweiten Schritt erstellt ihr euch dann innerhalb von Sekunden einen Account und nachdem ihr im dritten Schritt eure erste Einzahlung getätigt habt, erhaltet ihr bis zu 1610 Dollar komplett kostenlos und komplett unverbindlich. Dieses Angebot wird nicht mehr allzu lange andauern, deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr diese 1610 Dollar so bald wie möglich in Anspruch nimmt. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn es der Fall sein sollte, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Information immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin Chart passiert. Und somit könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up to date bleibt. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye bye.